Jo meine Leute herzlich willkommen zur ersten Runde des DFB Pokals Saisons 22-23 mit den Predictions Los geht's heute um 18 Uhr Chemnitz Teil 4 von Teil 4 Let's Go! Heute um 18 Uhr Chemnitz FC verlässt gegen Union Berlin 0 zu 2 Dann Energie Cottbus unterliegt Werder Bremen 0 zu 4 FC Ingolstadt verlässt gegen SV Darmstadt 98 2 zu 4 nach Verlängerung Dann um 20.45 Uhr 1. FC Magdeburg unterliegt der FGE aus Frankfurt mit 2 zu 5 Und am 30.08. um 20.45 Uhr FC Toy Tonia Ottensen unterliegt RB Leipzig 0 zu 7 Und am 31.08. um 20.45 Uhr FC Viktoria Göln verliert deutlich gegen FC Bayern München mit 0 zu 8 So das war's von Teil 4 von Teil 4 von Teil 4 mit den Predictions für den DFB Pokal Erste Runde der Saison 20, 22, 23 So lasst ein Like da, lasst ein Abo da Good Kick! Ciao! Outro